Hi Leute, ich mache euch heute meine Monatsfavoriten für April. Ich mache ja nicht so regelmäßig Monatsfavoriten, aber das lohnt sich bei mir meistens auch nicht, weil dann immer wieder dieselben Produkte auftauchen würden, weil ich nicht so oft so dolle wechsle. Aber diesmal ist einiges Neues dabei und deswegen wollte ich Monatsfavoriten machen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich beginne mal mit einem Lippenstift. Und zwar ist das von Essence der All About Cupcake. Das ist aus dieser neuen Essence Sortimentumstellung. Und das ist ein ganz, ganz toller Alltagston. Den habt ihr bestimmt schon ganz oft gesehen bei irgendwelchen anderen Gurus. Und der sieht so aus wie meine Lippenfarbe. Ist aber etwas, ja, nicht viel dunkler, aber etwas kräftiger. Nicht doller, aber ein bisschen. Und das ist so eine Your Lips But Better Farbe. Und ja, ich mache euch mal ein Swatch. Dann könnt ihr gucken, wie der aussieht. Ihr könnt den ganz, ganz leicht auftragen. Dann ist der nicht so deckend. Das ist jetzt schon ein bisschen dicker. Ich mache mal so einen Strich. Dann könnt ihr den so ganz leicht auftragen. Und unten ist es halt so ein bisschen deckender. Oder für euch oben. Und ja, ich habe den meistens ein bisschen kräftiger aufgetragen, weil man das sonst bei mir nicht gesehen hätte. Weil meine Lippen eigentlich ziemlich rötlich sind. Schon von alleine. Und ja, den kann ich euch empfehlen. Auf jeden Fall. Der hält jetzt nicht stundenlang auf den Lippen. Aber ja, ich finde den trotzdem toll. Außerdem kann man den ja dann nochmal nachziehen. Ist ja nicht so schlimm. Genauso wie der Max Cindy. Den habe ich auch recht häufig getragen. Und ich finde, die sind so... Ja, diese beiden Lippenstifte. Der Max Cindy und der Essence All About Cupcake. Die kann man so ein bisschen vergleichen. Nicht von der Farbe. Das ist schon was anderes. Der Cindy ist auf jeden Fall eher rot. Aber... Ihr könnt es vielleicht sehen. Hier ist der Cindy mal dicker aufgetragen. Und hier nur so ganz leicht. Also das ist... Man könnte diese beiden Finishes ziemlich vergleichen. Das ist ja hier so ein Cream Sheen oder... Ne, ein Luster. Ein Luster Finish. Und das... Wenn Essence auch solche Bezeichnungen hätte, wäre das auch ein Luster Finish. Und von der Haltbarkeit auf den Lippen her kann man die sogar auch vergleichen, finde ich. Weil der MAC, der geht ziemlich schnell runter von den Lippen. Aber er ist halt total schön von der Farbe her. Und ja... Also ich finde die beiden relativ vergleichbar vom Produkt, was drin ist. Nicht von der Farbe. Aber ich mag sie beide sehr, sehr gerne. Also ich würde euch raten, schaut euch mal diese Essence Lippenstifte an. Ich habe noch einen anderen. Diesen Coralize Me. Den fand ich jetzt auf meinen Lippen nicht ganz so schön. Nicht hässlich. Aber nicht so schön wie den hier. Und ja... Schaut euch die mal an. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich ein Puder von Balea. Das hat mir DM zugeschickt zum Testen. Und ich habe das jetzt so circa zwei Monate oder so getestet. Ich weiß es nicht ganz genau. Es könnte auch schon länger sein. Es könnte auch etwas weniger sein. Ich weiß einfach nicht mehr genau. Aber ich finde es wirklich gut. Ich zeige euch das erstmal. Das sieht so aus. Und... Das ist nicht sehr deckend. Also das ist... Es gibt so ein kleines bisschen Farbe, aber nicht viel. Und das notiert ganz schön. Aber nicht so, dass man aussieht wie wenn man in Mehl gefallen wäre oder so. Und ja, es ist einfach... Man sieht nicht so aus so zugespachtelt und überhaupt. Und ja, ich weiß nicht. Ich mag das einfach total gerne. Das soll wohl gegen Pickel sein und so. Aber davon habe ich jetzt nichts gemerkt. Aber das Puder an sich mag ich sehr gerne. Aber ich mache dazu auch nochmal eine Review. Und dann erfahrt ihr da nochmal genaueres drüber. Dann... Darauf hat die Welt gewartet, oder? Hier, der Essence Topsealer. Ich finde den so genial. Der macht die Nägel so schnell trocken. Wenn da die Farbe auch noch drunter ist. Ich lasse dann immer die Farbe, die ich drauf lackiere, antrocknen ganz bisschen. Also ich mache mir erst die Hand, dann die Hand. Und wenn ich dann mit der Hand fertig bin, dann mache ich direkt den hier auf diese Hand. Also das geht dann schon direkt. Und dann trocknet das so gut durch. Und es glänzt auch richtig schön. Ich habe den Nagellack jetzt hier, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Tage drauf. Ich weiß es nicht genau. Und der hält richtig gut. Der glänzt noch richtig schön. Der ist damals so gut durchgetrocknet. Das ist der von Aiko der T-Rose. Und der trocknet bei mir eigentlich nicht so gut. Die ganzen Aiko-Lacke sind nicht so wahnsinnig schnell im Trocknen. Aber mit dem Topcoat drüber ist das so schnell trocken. Das ist so eine Erleichterung. Ich habe mal bei euch nachgefragt auf Facebook, wie ihr damit so klarkommt. Die meisten sind zufrieden. Manche finden den jetzt nicht so toll, weil sie irgendwie den Nagellack abziehen können. Und ja, also es gab wohl manchmal ein paar Schwierigkeiten. Aber die meisten waren zufrieden. Und ich bin eben auch, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Und ich glaube, der kostet ca. 3 Euro. Und da kann man echt nichts sagen. Was ich ein bisschen doof finde, man kann halt nicht durch die Packung durchgucken, wie viel da noch drin ist. Aber ja, man merkt ja dann, wenn nichts mehr rauskommt. Und ein weiteres Favoritenprodukt ist von L'Oreal, der Studio Secrets, wie auch immer der Primer. Dieses Ding hier. Das habe ich heute auch wieder drauf. Ich habe das, glaube ich, so ziemlich jedes Mal beim Schminken benutzt. Habe ich jetzt auch schon gut leer gemacht. Also es ist nicht leer, aber ich habe es echt viel benutzt. Und dazu kommt noch eine Review. Ich finde es einfach toll, dass das so diese Haut so ausgleicht, so ebenmäßig macht. Weil, dann braucht man sogar weniger von Concealer und so. Weil das einfach nicht überall eindringen muss und so. Aber ich mache euch da noch eine Review zu. Ich habe es jetzt lang genug getestet. Und ja, also finde ich gut. Auch wenn es sehr teuer ist. 16 Euro meine ich. Aber ich bereue es nicht. Jetzt ist die Sonne hinter einer Wolke und ich kann mich endlich im Display sehen. Das kann ich nämlich immer nicht. Wenn die Sonne so hell scheint, dann sehe ich immer nur schwarz. Dann sehe ich die Kamera gar nicht. Ja. Noch ein Favorit ist von NYX. Das Rouge oder der Blush in der Farbe Taupe. Damit konturiere ich immer. Und ich habe das jedes Mal benutzt, wenn ich mich geschminkt habe. Vielleicht seht ihr das auch schon. Dieses Muster ist gar nicht mehr so doll zu erkennen. Und ja, also das Zeug ist echt genial. Ich habe das heute auch wieder hier benutzt zum Konturieren. Weil damit kann man so viel erreichen irgendwie. Das macht so... Ja, man kann das Gesicht ganz anders modellieren und ganz anders hervorheben, als wenn man gar keinen Konturierpuder benutzt. Und ja, ich mag das total gerne. Ich habe das damals in Amerika bestellt. Es gibt ja jetzt NYX auch in einem deutschen Online-Shop. Und ich weiß gar nicht, ob die das jetzt da auch haben, aber ich meine schon. Könnt ihr ja da mal gucken. Ich verlinke euch mal den deutschen Shop in der Infobox, den amerikanischen Cherry Culture und noch einen anderen amerikanischen. Da sind die Sachen von NYX noch ein bisschen günstiger. Also wenn ihr da bestellen wollt, eventuell. Und dann habe ich hier noch eine NYX-Palette, die ich oft benutzt habe. Das ist die hier. Die habt ihr, glaube ich, auch in einem Tutorial gesehen. I Dream of Jamaica. Das sind einfach so natürliche Farben. Die mag ich sehr, sehr gerne. Und was ich nicht so gut finde bei der, die hellen Farben sind jetzt nicht so gut hervorstechend pigmentiert und so. Aber die dunklen Farben sind dafür richtig gut pigmentiert. Und, ja, was ich noch sehr oft benutzt habe, eigentlich auch fast jedes Mal beim Schminken, ist die Naked-Palette von Urban Decay. Hier sind natürlich wieder tausende Fragen. Ja, wo kriege ich die denn jetzt noch her? Ich meine, ich habe die bei Amazon UK gesehen oder USA. Ich weiß es nicht mehr genau. Bei Ebay könntet ihr den noch finden. Ansonsten weiß ich es auch nicht, weil die war ja, meine ich, nur limitiert. Sorry, jetzt ist die Kamera ausgegangen und ich weiß nicht, an welcher Stelle. Also ich selbst habe die Naked-Palette mitgebracht bekommen von Nina Girl, als sie in England war. Und da konnte man die halt so kaufen. Und, ja, ich zeige euch die nochmal. Das sind diese Farben hier. Am meisten habe ich hier die erste benutzt. Hier das hier. Ich meine, das ist Dark Horse. Ja, und Hastl. Ja, Hastl. Die fand ich immer ganz schön. Und hier Sidecar habe ich auch recht häufig benutzt. Und den Sinn, den habe ich auch öfters getragen. Die anderen Farben noch nicht ganz so oft, aber... Ach ja, Toasted, den habe ich auch hin und wieder getragen. Mit den anderen habe ich noch nicht so viel gemacht, aber das kommt auch noch, denke ich. Smog habe ich auch oft benutzt. Den hier, ja. Okay. Also die Naked-Palette. Ich kann sie euch ja gar nicht so lange zeigen und so viel, weil es ist ja gemein. Die kriegt die wahrscheinlich gar nicht mehr. Den Pencil, der dabei ist, dieser 24-7-Kleider-Pencil, den habe ich auch häufig benutzt. Allerdings nicht die schwarze Seite, sondern hier diese braune Whisky. Das ist ein recht warmer Braunton, gerade wenn man ihn so verwischt. Das ist so ein bisschen rötlich. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und wenn ich damit meine grünen Augen umrande, also ich mache das immer oben drauf und dann verwische ich das so ein bisschen, dann stechen die nochmal so mehr hervor. Und das mag ich sehr gerne. Und dann habe ich noch einen Favoriten für euch. Und zwar ist das Deo hier von Balea. Balea, ja. Und ich finde es richtig gut. Ich finde es riecht gut. Ich finde es schützt sogar recht gut für so ein Sprühzeug, weil ich finde diese Sprühdeos, die schützen meistens nicht so gut. Aber das hier schon. Und es riecht, ich weiß nicht, so richtig fruchtig, himbeerig. Als ich das zum ersten Mal gerochen habe, konnte ich gar nicht zuordnen, wonach es riecht. Aber ich mochte es einfach ganz gerne. Und jetzt so langsam merke ich, dass es so fruchtig ist irgendwie. Und ja, ich meine, das kostet auch unter einem Euro oder gerade mal so drüber. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe mir das jetzt schon zum zweiten Mal nachgekauft. Und deswegen kann ich es getrost einen Favoriten nennen. Das ist die Raubkatze. Ja. Okay. Das war es schon wieder. Ich hoffe, ich habe euch da irgendwie was zeigen können, was ihr euch mal dann irgendwann ansehnt. Wie gesagt, vor allem hier diese Essenslippenstifte kann ich euch empfehlen. Und den Topsila auf jeden Fall. Ich liebe ihn. Und ja, ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang geworden. Ich habe versucht, möglichst wenig Produkte zu zeigen, die dann aber auch wirklich meine Favoriten sind. Und ja, okay, dann macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.